ein strahlendes hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video respektive zu einem neuen zu einer neuen podcast folge ich grüße dich in diesem video respektive in dieser podcast folge geht es um network marketing versus normaler vertrieb ich wünsche jetzt viel spaß let's go network marketing ist eine spezielle form des direktvertriebes im unterschied zwischen dem klassischen direktvertrieb werden kunden angehalten als selbstständige vertriebspartner weitere kunden anzuwerben das laut wikipedia jetzt ist die aussage von wikipedia da ein bisschen falsch ich wollte sagen network marketing ist auch der klassische direktvertrieb eine tupperware ein vorwerk ist eigentlich auch network marketing weil du kannst bei tupperware oder auch bei vorwerk entweder kunde sein oder halt auch vertriebspartner werden klar bist du quasi dann kunde und selbstständiger vertriebspartner in dem direktvertrieb bzw respektive in dem network marketing network marketing respektive direktvertrieb ist ein geschäftsmodell für viele auch ein zweites standbein um passives geld zu generieren um sein lebensunterhalt zu generieren und halt auch ein bisschen mehr lebensqualität und luxus sich zu leisten nicht jeder hat das privileg in einem reichen elternhaus aufwachsen zu können und hier habe ich gerne mal ein flip chart ich hole gerne mal ins bild rein was der unterschied ist zwischen direktvertrieb network marketing und einer normalen firma und zwar ich habe da ein bisschen was gekretzelt ich hoffe du siehst jetzt meine zeichnung oben hast du den chef unten hast du deine angestellten und die haben quasi auch wieder angestellten das ist das quasi beispiel eines network marketing beziehungsweise respektive direktvertrieb ist wenn du quasi jetzt im normalen vertrieb arbeit wie zum beispiel der firma wird telekom und so weiter und so fort hast du quasi oben dein chef dann deine vorgesetzten dann nochmal deine vorgesetzten und dann kommst du als mitarbeiter also genau eigentlich dasselbe wie im direktvertrieb und im network marketing respektive was aber der unterschied ist zwischen dem network marketing respektive direktvertriebs ist dass du quasi deine zeit frei einteilen kannst als selbstständiger vertriebspartner du kannst mehr für dich und für dein unternehmen machen wie quasi in einem angestellten verhältnis wenn du quasi angestellt bist musst du quasi deinen vorgesetzten immer rapport leisten und immer mehr umsatz generieren für deinen großen chef in deiner großen firma wie zum beispiel telekom wird und so weiter aber wenn du quasi selbstständig bist oder nebenbei selbstständig bist in einer network marketing firma beziehungsweise respektive direktvertrieb kannst du quasi deinen eigenen umsatz dein eigenes geld für dich akquirieren also deine kunden akquirieren und für dich dann geld arbeiten lassen bei dem hier arbeitest du auch für dein geld aber arbeitest du acht stunden an stück für deine firma telekom wird und so weiter und so fort und bei dem network marketing respektive direktvertrieb arbeitest du für deine zeit für deinen umsatz und für dein geld also was ist jetzt der unterschied zwischen network marketing respektive direktvertrieb und normaler vertrieb normaler vertrieb hast du einen arbeitsplatz über acht stunden am stück arbeitest für die zeit gegen geld und bei dem anderen arbeitest du für dasselbe nur kriegst quasi dein eigenes geld und hast mehr zeit für deine eigenen sachen für deine eigenen projekte und hast auch mehr zeit für deine familie bei dem hier hast du nur gewisse möglichkeiten im angestelltenverhältnis für deine familie und hast wenig zeit und bist auch noch abhängig von deinem urlaub und bei dem anderen beispiel hast du zeit und kannst mehr in den urlaub fahren also du hast ein pro und contra in dieser in diesen beiden branchen ob du jetzt angestellt bist oder halt auch dem bei selbstständig oder selbstständig in dem bereich network marketing respektive direktvertrieb muss gucken wo du jetzt sein willst wo du jetzt mehr zeit investieren willst oder quasi ob du quasi diese struktur nimmst oder diese struktur sind beide strukturen sind quasi so aufgebaut dass du quasi klar schon ein bisschen abhängig bist aber in dem direktvertrieb respektive network marketing hast du quasi mehr zeit für dich und kannst quasi in deinem tempo deine deinen umsatz generieren und hast quasi das geld dann in deine tasche und bei dem anderen arbeitest du für deinen chef die deinen vorgesetzten weil die kriegen ja dann auch natürlich von deinem umsatz noch mal geld so dass du quasi weniger am ende des monats geld hast im angestelltenverhältnis wie bei dem anderen beispiel das war das was ich dir mitteilen wollte das war mir sehr bewusst und sehr angenehm ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja hinterlassen kommentar und daumen nach oben ich wünsche dir viel spaß und wir sehen uns im nächsten video